Okay Freunde, da wirklich viele von euch gefragt haben, also ich habe ja wirklich schon sehr, sehr, sehr lange First-Person-Shooter-Erfahrung. Ich komme bestimmt auf 6.000, 7.000 Stunden, auf alles insgesamt und ich spiele generell mit einer sehr, sehr Lone-Sense. Das heißt also, meine DPI ist 550 und bei Apex Legends Ingame 1.6. Weil viele von euch gefragt haben, ich muss doch über den ganzen Tisch rödeln. Ja, das muss ich. Ich habe ein 1,20 Meter langes Mousepad und genau das könnt ihr euch heute mal angucken. Ich habe einfach mal die Handkammer angeschaltet und ihr könnt mal sehen, wie ich denn aime und man sieht, teilweise muss ich wirklich krass kurbeln. Wenn ich aber dementsprechend tracke und ganz fein nur adjussiere, bewege ich mich gar nicht so viel, wie einige von euch gedacht haben. Von daher, ich hoffe, euch gefällt dieses Video, Freunde. Abonniert auf jeden Fall diesen Kanal, folgt mir auf Twitch. Ich bin absolut aktiv, da kommt auch momentan ultra viel. Ich hatte die Schnauze, ich wünsche euch richtig viel Spaß bei diesem Video. So wie gesagt, aimen sitzt anders heute, aber... Das ging mal gut rein. Ich bin auf dem Roof, ich bin auf dem Roof. Cracked one, cracked one, extremely good. Knocked one, knocked one. Oh, gut. Habe ich reingeschockt? Komm, bitte. How much HP? Der muss ja richtig low sein, oder? Oh Gott, Deathslide. Gut, nicht sliden. Bruder, einfach mal so ein Ping wäre ganz geil gewesen, aber nope. Hallo? Wir sind zur Seite schieben hier, ne? Wir sind ja nette Teammates. Ja. Da ist er. Ah. Okay, boys, let's go. Wenn man links jemand von uns ist. Ne, sind alle vor uns. Knocked. Leute, steht da einfach nur so rum, oder was? Knocked. One guy left. Oh, one team left. Oh, behind... Under Ass? Weißt du, der hat überhaupt nicht, wo die sind? Wenn du bist zu zweit, dann haben wir das Ding gewonnen. Wenn die zu zweit sind, ist das Ding GG. Knocked him. Oh, die ist 30-30, Alter. Ich liebe diese Waffe. Aber wenn du sie brauchst, dann schockt man rein. Ne, 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 hat er nicht. I think cracked, I'm not quite sure about that. GG's. Wo? Boah. Ha, 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 ha. Tja, Freund. Mich zu pieken? Großer Fehler. Sie ist instant ausgelockert. Sie ist instant ausgelockert. Ha, 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 ha. Ich liebe die Apex-Community. Sie macht mich so glücklich, Leute. Die Apex-Community macht mich so glücklich. Ist der jetzt da oben drauf? Wo ist der denn jetzt? Hallo? Oh. Er hat einfach aufgegeben. Hey. Sag mal. Von der Seite. Boah, jetzt hab ich glücklich. Oh, mein Hals tut so weh. Oh, Gott, ich sterbe. Ja, krank Apex zu spielen, das ist auch immer noch mal eine Hürde. Oh, mein Gott, hab ich gejoggt. Oh, ich hab so reingeschoggt. Ja, ich hab so verkackt. Ist jetzt gut hier. Mensch. Raus aus meinem Spiel. Na komm, push. 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 Ja, push, push. Genau, schön rein pushen. So ist gut. Ja, ihr seid ja, ihr seid ja ein paar, paar richtige Eumels. Okay, gut. Achso, lol. Ich dachte grad so, wow, wie gut ist der? Ja, sie kam von der Seite. Ich hab einen runter. Ein Rave ist hier. Vielleicht sind sie hier. Ja, ja. Es ist nur ein Mann. Es ist nur ein Mann. Es ist nur ein Mann. Es ist nur ein Rave. Das ist alles, was es ist. Wenn du zu mir kommst, kannst du meine Schild benutzen. Use meine Schild als deine Schutz. Ja, sie ist hier. Use meine Schild. Use meine Schild, bitte. Stay behind my Schild. Und sie ist face. Sie face. Oh, ja. Bisschen zu früh. Ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut. Come together. Right now. Correct one. Ah, die ist gut im Headlitch. Ja. Und genau das ist was passiert. Das ist immer dasselbe. So gut. Okay, okay, okay. Komm, 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 komm. I got a gold one. I got a gold one. I got a gold one. Cracked the lifeline. Ist ein bisschen wunder, ey. Na gut, klar. Mein Debt-Debt-Debt-Position hier. Nicht mehr gecracked. Ich hab auch die Reverend-Ulti gehört. Ich hab sie nicht verpasst. Ich hab sie wirklich ganz deutlich gehört. Aber... Ich weiß doch nicht, wie ich hier rauskomme. Ich hab sie nicht gesehen, ne? Ich hab sie nicht gesehen. Ich hab sie nicht gesehen, ne? nein scheiße digga ich hätte gerne gehabt oh mein gott crack the rave crack the rave grandion rave du musst ein bisschen schade machen bitte oh man oh mein gott huge sorry get up get up get up digga der tropp mich die ganze zeit du bist der echte der echte wurde back gelasert digga verarsch mich ja get down eh one team noch solo solo ehhe cracked ah der death slide apex extrem die lautet solo ich renne hier ohne magazin rum ich renne hier ohne magazin rum gg's boys gg's ich mag broken moon bin ich ehrlich ich wirklich mag broken moon das ist Vielen Dank.